DW Deutsch lernen mit dem Deutsch Trainer Escucha y repite El restaurante Das Restaurant Aquí tiene la carta. Hier ist die Speisekarte. La entrada Die Vorspeise El plato principal Die Hauptspeise El postre Der Nachtisch Voy a tomar una sopa. Ich nehme eine Suppe. ¿Hay ensalada? Haben Sie Salat? Querría una Milanesa. Ich hätte gern ein Schnitzel. No tenemos Milanesa. Wir haben kein Schnitzel. Hoy tenemos Spaghetti. Wir haben heute Spaghetti. Para mí el Menú Uno. Ich nehme das Menü Eins. La cuenta, por favor. Die Rechnung, bitte. Quisiera pagar. Ich möchte gerne zahlen. Pagan juntos o por separado. Zusammen oder getrennt. Nos gustaría pagar por separado, por favor. Wir möchten getrennt zahlen, bitte. Sie machen. Die Wee. Die Wee. Slash Deutsch. Trainer. Bis zum nächsten Mal.